Kapitän, WEX in unserem Patrouillenbereich haben ihre Barrieren-Technologie mit einer neuen, unbekannten Energiequelle undurchdringlich gemacht. Konstrukte in der Nähe sollten die Standortdaten zu dieser Technologie haben. Unzerbrechlich klingt nicht gut. Nehmen wir sie auseinander. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich habe mir die Kerne angesehen. Da ist eine seltsame Energiespitze. Ich wette, danach suchen wir. Ich analysiere gerne die Proben, die du findest. Ich habe echt kein Leben. Holt mich hier raus. Was ist junderschön? Was ist eine Kerne? Aber keine Verlangenen ist, dass sie Wir haben die Spitze, aber hier ist ein Minotaurus mit diesen schicken Schilden. Der Käpt'n findet immer einen Weg. Ich habe weitere Spitzen in der Nähe erfasst. Wir sollten sie zur Analyse einsammeln. Vielleicht können wir herausfinden, wie sie sie produzieren. Und dann jagen wir sie in die Luft. Das ist ein Eckpfeiler für Nessus. Von den Vex hergebracht, um lineare Zeit zu markieren. Es ist 127 unserer Jahre her, seit Nessus durch unser System gezogen ist. Keine Ahnung, wie viele Vex-Jahre das sind. Nein, gut. Was ist das? Captain, Energieansammlungen direkt über dir. Oh, man. Das sind ausgezeichnete Daten. Ich konnte weitere Quellen feststellen, die du einsammeln kannst. Failsafe, das ist jetzt schon ganz schön viel Gelaufe. Hey, ihr könnt euch vom Fleck bewegen. Ich sitze hier fest. Ich empfange ein paar interessante Signale. Dieses Ding verbindet sich mit etwas. Und zwar gegenüber von Mercurs Orbit auf der Hinterseite der Sonne. Was ist denn da? Ich konnte die Proben einer Quelle zuordnen und habe die Koordinaten auf deinen Tracker gesendet. Ich bezweifle, dass die Vex ihre schicken Schilde aufgeben wollen. Dann musst du sie eben zwingen. Was ist denn da? Was ist denn da? gray Das war's für heute. 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 Das war's für heute.